So sieht ein Abend aktuell in meinem Leben aus. Ich zeige euch heute mal wieder meine Abendroutine. Also alles, was ich so von 18 bis ca. 24 Uhr jeden Tag mache. Aber fangen wir erst mal ganz von vorn an. Bevor ich meine Abendroutine rein starten kann, muss ich natürlich erst mal meinen Arbeitstag beenden. Und der sieht wirklich jeden Tag so krass anders aus. Meistens bin ich natürlich am Videos filmen, aber momentan sind wir auch jeden Abend mehrere Stunden zu dritt im Lager, weil so viele Bestellungen reinkommen. Denn das Asteady Set ist ja gedroppt und auch mein neuer Timer ist jetzt verfügbar. Und da müssen wir alle drei richtig kräftig mit anpacken, damit wir eure Bestellungen so schnell wie möglich rausbekommen. Ich verbringe auch richtig viel Zeit damit, die ganzen Bücher zu unterschreiben. Im Shop sind die ja alle signiert, genauso wie meine Thank-You-Karten, wenn ich die Pakete gepackt habe. Und das ist einfach nochmal ein Faktor, der richtig viel Zeit kostet. Aber auch ein mega schöner Ausgleich ist, allgemein Pakete packen ist für mich so richtig meditativ. Da kann ich mal so ein bisschen mehr abschalten. Muss nicht so vor der Kamera sein, sondern kann auch wirklich hinter der Kamera einfach was anderes machen. Das ist ein total schöner Ausgleich für mich. It's time to say goodbye zu Tami und zu unserem Arbeitstag. Wir haben jetzt alle frei und deswegen fahren wir jetzt erstmal raus ans Feld. Ein bisschen Gassi gehen mit Mayla. Schatz, das ist falsch. Nach einer Stunde Walk ist Mayla immer so richtig schön ausgepowert und happy. Jetzt bekommt sie gleich ihr Essen. Aber vorher müssen wir erstmal uns noch was einkaufen. Und ich weiß nicht, warum wir es immer abends machen. Wir könnten auch eigentlich morgens gehen, wenn viel weniger los ist. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Aber ja, wir waren Essen shoppen, damit wir jetzt zu Hause was gleich was Geiles machen können. Hallo Kallik-Crew, ich hoffe euch geht's gut. Ich hatte heute so einen richtig langen Tag, aber er war auch produktiv, also alles gut. Aber ich freue mich jetzt mega auf so einen gechillten Abend, einfach mal wieder meine Abendroutine durchzuziehen. In den letzten Wochen hatte ich irgendwie so viele unterschiedliche Dinge und jeder Tag war anders, was mega cool ist, weil mein Leben irgendwie gefühlt nie langweilig wird. Aber auf der anderen Seite killt es halt auch komplett meine Routinen und ich brauche die eigentlich voll, um mich stabil zu fühlen, beziehungsweise einfach gut zu fühlen, weil ich dann auch immer Zeit für mich nehme, die Sachen tue, abends mir gut tun und wichtig sind. Aber wenn ich halt keine Zeit dafür habe, dann leidet es manchmal ein bisschen. Aber ich will jetzt wieder richtig zurück in meine Routinen kommen, sowohl morgen als auch Abendroutine. Das ist eigentlich so simpel, aber der Mensch oder ich auf jeden Fall bin einfach auch ein krasses Gewohnheitstier. Und manche Gewohnheiten muss man einfach ja immer wieder durchziehen, um sich gut zu fühlen und genau das machen wir heute. Und ich dachte mir, ich nehme euch heute mal wieder mit, dann macht es mir nämlich noch mehr Spaß, wenn ich das Ganze teilen kann. Und vielleicht ist ja bei euch jemand dabei, der sagt, oh ich kann relaten und dann bringt es ein bisschen Motivation auch zu euch, damit ihr an den Sachen dran bleibt, die ihr euch abends vornehmt und euch gut um euch selbst kümmert. Sehr wichtig. Und falls ihr übrigens neu seid, hi, ich bin Cassie, willkommen auf meinem Kanal. Ihr könnt super gerne abonnieren, um zu Kali Crew dazu zu gehören. Und natürlich keins meiner Videos mehr zu verpassen. Jeden Samstag, 10 Uhr morgens und ich kann jetzt schon nicht mehr reden, weil ich habe mega Hunger. Alles Gutes, aber Raffi kocht bei uns immer, deswegen schauen wir mal, was er so macht. Eigentlich teilen wir uns den Haushalt komplett 50-50 auf, aber es gibt so ein paar Aufgaben, die wir ganz getrennt haben. Zum Beispiel kocht er nur, weil er es viel besser kann. Er will mich auch gar nicht kochen lassen. Und ich kann dafür eben Kommentare beantworten und in der Zeit Videos schneiden. Und dann zum Schluss hier. A little sprinkle. Wow, Chefkoch. Food ist einfach so sexy, oder? Ja. Und was haben wir hier überhaupt heute? Ähm, ne Gemüse-Knocki-Pfangen. Das sieht so geil aus. Vielen, vielen Dank, Schatz. Ein Laster, was wir tatsächlich leider noch haben, ist, dass wir immer beim Essen im Fernsehen schauen. Und zwar Trash-TV. Aktuell, Kaff der Reality-Stars. Die Creme de la Creme. Das ist Trash-TV. Das ist die Show, ja. Ja, ich bin ganz gut. In der Timeline. Die kriege ich heute Abend auf jeden Fall noch leer. Das ist meine 2 Liter Wasserflasche. Mache ich mir jeden Morgen voll. Und dann trinke ich über den ganzen Tag leer. Einfach so als kleiner Reminder, weil ich es sonst manchmal vergessen würde. Und zum Essen aber, da drehe ich mir immer nochmal ein extra Glas Wasser. Das heißt, ich habe dann immer die 2 Liter Wasser aus der Flasche. Plus über den Tag verteilt halt immer wieder Gläser. Das heißt, ich komme so auf gute 2,5 Liter pro Tag. Und damit fühle ich mich wirklich frisch und energiegeladen. Ich mache jetzt hier gegenüber weiter, Leute. Das ist so peinlich. Hier dahinter befindet sich nämlich der Stuhl. Oh mein Gott, Leute. Das ist so peinlich. Schaut euch an, wie riesig der getürmt ist. Ich liebe es an sich aufzuräumen. Aber Klamotten, das ist für mich der Horror. Und deswegen habe ich es einfach immer weiter aufgeschoben. Und jetzt geht er mir wahrscheinlich einfach schon bis zum Bauchnabel. Ah, der ist ja sogar. Der ist ja sogar noch höher. Der geht mir bis zur Brust. Leute. Deswegen einfach lieber jeden Abend 10 Minuten Zeit nehmen. Irgendetwas aufräumen in der Wohnung oder im Zimmer. Und dann würde der Stuhl niemals so aussehen. Einfach ein Mount Everest aus Klamotten. Let's fix this. Ich bin gerade so froh, Leute, dass ich das jetzt endlich gemacht habe. Und das Ding ist auch immer im Nachhinein, wenn man dann so eine eklige Aufgabe erledigt hat, die man so die ganze Zeit vor sich herschiebt, merkt man, dass es halb so schlimm war. Aber egal, es ist erledigt. Und jetzt kommen wir zu den schönen Dingen des Abends. Und zwar ein bisschen Safecare und Haircare. Ich will nämlich gleich eine Runde Yoga machen. Und mit Tieren habe ich seit einer Weile angefangen. Und ich liebe es. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt vorher noch eine Haarmaske rein. Weil die muss eh eine Weile lang einwirken. So eine knappe Stunde. Eine Haarmaske mache ich natürlich nicht jeden Abend. Aber auf jeden Fall einmal pro Woche. Und zwar hier die von Olaplex Nummer 3. Es ist keine bezahlte Kooperation, aber ich liebe das Zeug einfach. Das hat mich, glaube ich, schon so oft mit der Haare gerettet, weil ihr seht, die sind modiert. Und ich glätte die und locke die auch immer wieder. Und ohne das Zeug hätte ich wahrscheinlich schon längst ein Bock. Bevor ich mit dem Yoga anfange, bearbeite ich jetzt gerade noch schnell ein Foto. Wir haben vorhin ein Bild gemacht. Ich habe mir nämlich vor kurzem diese Sticker hier gekauft. So richtig süße, kleine Herzchensticker. Und ich dachte mir, die würden wahrscheinlich richtig cool aussehen wie so Sommersprossen. Und das haben wir vorhin geschossen. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt richtig abschalte, hoffentlich, und so den Tag gehen lassen kann, poste ich das erst noch. Ich glaube, es ist auch gerade eine ganz gute Uhrzeit. Und dann, genau, können wir damit weitermachen. Ich muss einfach zugeben, dass ich immer noch richtig damit struggle, so eine richtige Work-Life-Balance reinzukriegen. und den Arbeitstag von meinem Privatleben und Offline-Zeit zu differenzieren. Das Ding ist halt, weil ich meinen Job so liebe. Und vieles davon ja auch wirklich einfach purer Spaß ist, aber gleichzeitig auch mega viel Arbeit. Es ist so schwer, das zu trennen. Aber es ist halt viel gesünder, wenn ich das mache und darauf achte. Und wirklich sage, okay, jetzt arbeite ich, jetzt mache ich den Computer zu, jetzt lege ich das Handy weg und entspanne. Aber es ist so schwer manchmal. Deswegen muss ich mich dann immer wieder daran erinnern, okay, Cassie, du machst jetzt erst deinen Arbeitstag fertig. Und dann kommt die Abendroutine ohne Social Media. Und dann kommt die Abendroutine ohne Social Media. Oh, bequeme. Kleidung am Abend ist doch einfach das Beste, Leute, oder? Ich habe mich früher immer so gefreut, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin und meinen BH ausziehen konnte, weil dieses Gefühl so befreiend war. Mittlerweile trage ich keinen BH mehr, würde ich jedem empfehlen. Dann hat man das Gefühl immer, aber ja, einfach so lockere Kleidung. Anyways, wir machen jetzt hier zuerst 10 Minuten Yoga und dann nochmal 10 Minuten Meditation. Das habe ich hier oder allgemein auf Social Media bei mir noch nirgends gezeigt. Ich habe erst von einer Weile damit angefangen, aber ich merke, das tut mir so gut. Und das Ding ist halt, ich suche immer irgendwie nach irgendwelchen Möglichkeiten, wie ich so ein bisschen mehr Ausgleich und Gelassenheit in meinen Tag reinbringen kann oder wie ich selber so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Weil mein Gedankenkarussell, das dreht sich jeden Tag sehr schnell. Und da brauche ich sowas einfach. Und ich habe gemerkt, okay, Sport, mega klasse. Vor allem im Gym versuche ich regelmäßig zu gehen. Das tut mir richtig gut. Aber die letzten Tage, es ist wirklich keine Ausrede, war so viel los, dass ich nicht mal ins Gym geschafft habe. Ich war davor auch noch viel krank. Deswegen bin ich nicht hin. Und jetzt, wobei der neue Timer rauskam und das Aesthetic Set, haben wir so viele Bestellungen reingekommen, wofür ich unendlich dankbar bin. Vielen, vielen Dank, Leute. Aber deswegen, ich habe echt keine Zeit gehabt. Zwar hier den ganzen Tag Video drehen und dann abends ins Lager, um zu packen, 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 damit wir dahin herkommen. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich muss irgendwas auch finden, was ich zu Hause machen kann, wofür ich nicht raus muss und keine Ausrede habe. Und deswegen 10 Minuten weniger am Handy scrollen und dafür 10 Minuten Yoga machen oder Stretching und danach nochmal 10 Minuten Meditation. Und man fühlt sich wie ein neuer Mensch. Ich finde auch Yoga sieht bei anderen so leid. Leicht aus. Man denkt sich so, ja, klar, kann jeder. Und dann probiert man das einmal aus und merkt, wie krass anstrengend es ist und wie gut es einfach für die Körperspannung ist. Klar, auch für die Muskeln, aber da würde ich eher so richtiges Krafttraining machen. Aber so für die innere Mitte des Körpers, wie viel Kraft man da braucht, um seinen Körper einfach stabil zu halten und nicht umzufallen bei irgendwelchen Posen. Mir geht es immer noch so, dass ich nach 10 Minuten Yoga auch trotzdem total kaputt bin, weil es wirklich anstrengend war. Ich habe es einfach richtig unterschätzt und deswegen macht es aber sehr viel Spaß, weil ich auch immer wieder merke dann, dass ich irgendwelche Posen besser kann oder die Abläufe besser mir merken kann. Und ja, deswegen immer cool eine neue Sache zu lernen. Um jetzt aber komplett abzuschalten, bevor ich dann in die Dusche hüpfe, mache ich noch 10 Minuten Meditation. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das Gefühl von frisch gewaschenen Haaren ist einfach das Beste, aber ich versuche es so wenig wie möglich zu haben. Also ich versuche meine Haare maximal zweimal in der Woche zu waschen, damit sie hoffentlich lang und gesund werden. Deswegen habe ich das nur zweimal in der Woche, das Gefühl. Aber ich freue mich jedes Mal drüber. Und jetzt kommen wir zu meiner Skincare. Ich habe mir jetzt hier aber schon mein Pyjama angezogen, noch ein Jäckchen drüber, weil ich immer so schnell fliere. Aber der Pyjama hier gibt mir auf jeden Fall so ein bisschen Sommer-Vibes. Das sind nämlich so kleine Wassermelonen, richtig süß. Erstmal benutze ich hier ein Serum, ein Anti-Aging-Serum. Denn Leute, ich werde bald 30. Ich fühle mich doch überhaupt nicht so. Das passt gar nicht in meinen Kopf, dass das jetzt das Alter ist, das auf meinem Ausweis steht. Ich dachte immer, wenn ich 30 bin, bin ich verheiratet, habe ich Kinder, habe ich ein Haus. Und jetzt mache ich YouTube-Videos abends in meinem Bad und habe einen Hund. Aber ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Also ich finde es genau perfekt, so wie es gerade ist. Und als nächstes habe ich hier Hyaluronic Acid. Das ist einfach das Wundermittel für mehr Feuchtigkeit in der Haut. Kann jeder immer gut gebrauchen. Deswegen einer meiner Faves. Kann man auch morgens auf die Haut machen. Aber momentan mag ich es irgendwie lieber abends. Vor der Gesichtscreme. Bevor die jetzt aber draufkommt, gehöre ich mir erstmal noch... Oh, Pels! Ich bin so verwöhnt worden wieder von euch. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen mein Meet & Greet bzw. Signierstunde für meinen neuen Timer in Freiburg. Und es sind wieder so viele gekommen. Und habe mich überschüttet mit Geschenken. Bitte, wenn die nächste Signierstunde oder Meet & Greet stattfindet, bringt mir keine Geschenke mit. Gebt einfach kein Geld für mich aus, okay? Also ich freue mich unfassbar darüber. Ich bin mega dankbar. Und ich werde die alle selbst benutzen in den nächsten Tagen und Wochen. Aber ich will einfach nicht, dass ihr Geld für mich ausgebt. Es ist aber so süß. Während meine Augenpads einwirken, wollte ich euch kurz noch diese Clips hier zeigen. Von der Signierstunde in Freiburg. Und einfach danke, danke, danke sagen an alle, die gekommen sind. Oder mir liebe Instagram Nachrichten geschrieben haben, dass ihr euch für mich freut. Dass der vierte Timer jetzt draußen ist. Einfach der vierte, wie krass ist das, oder? Falls ihr übrigens Lust habt und mir einen kleinen Gefallen tun möchtet, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr auf Amazon eine Bewertung für den Timer da lasst. Auch wenn ihr es woanders gekauft habt, kann man ja trotzdem Bewertungen schreiben. Und es hilft mir einfach extrem viel weiter. Deswegen verlinke ich euch den mal in der Infobox auf Amazon, bei mir im Shop. Aber ihr könnt natürlich auch mega gerne in Buchhandlungen gehen. Ich liebe einfach so kleine Buchläden und will, dass sie niemals aussterben. Und deswegen kann man natürlich auch gerne den stationären Handel unterstützen. Falls der Timer nicht schon direkt vor Ort ausliegt, kann man auch immer die Verkäufer ansprechen. Die können es dann einbestellen, auch kostenlos. Dann ist er ein paar Tage vor Ort. So you're coming over, that's cool. I could use a little something to do. I could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head to open windows. Cause that's what I feel like. Do it tonight. Tagebuch zu schreiben oder zu journaln ist immer mein absoluter Lieblingspart in meiner Abendroutine. Ich fühle mich danach irgendwie so richtig befreit und habe das Gefühl, ich kann den Tag loslassen, alles was passiert ist, nochmal Revue passieren lassen, die ganzen schönen Dinge davon nochmal so durchleben und aufschreiben. Und auch die negativen Sachen dann einfach loslassen und sagen, okay, das war jetzt heute, morgen ist ein neuer Tag. Und ich versuche mich auch immer extra an die vielen kleinen, schönen Dinge zu erinnern, die über den Tag passiert sind, die man so als ganz selbstverständlich wahrnimmt. Und deswegen ist eine meiner Lieblingsfragen hier drin immer auch Dinge, für die ich dankbar bin. Dazu braucht man natürlich kein Happy Me. Ich würde es jedem empfehlen, aber man kann das ganz normal auch einfach selber irgendwo in ein kleines Notizbuch reinschreiben. Das ist so eine schöne Übung auch einfach. Und je öfter man das macht, desto mehr Dinge fallen einem auf, für die man wirklich dankbar sein kann im Leben. Am Anfang ist es so ein bisschen schwerer oder man wiederholt immer dieselben Sachen, aber wenn man mit Dankbarkeitsübungen anfängt, dann wird es irgendwann viel einfacher. Ich bin heute dankbar für Nummer 1, den prall gefüllten Kühlschrank. Nummer 2, einen Partner, der mich immer unterstützt. Danke, Raffi. Und Nummer 3, meine tolle Kalix-Schuh, ohne die es dieses Buch nicht geben würde. Was ich übrigens für mich entdeckt habe, ist Klaviermusik während dem Tagebuch schreiben. Das ist so entspannt und bringt mich so richtig in einen kleinen Tunnel rein, dass ich mich wirklich nur noch auf mich fokussiere und auf das, was ich gerade aufschreiben will. Also probiere ich jetzt gerne mal aus. Ich habe da einfach immer auf Spotify oder auch auf YouTube Pianomusik eingegeben und dann irgendwelche random Songs oder Playlisten ausgewählt. Ich wurde bisher noch nie enttäuscht. Ich finde das alles mega schön und das gehört irgendwie so zu meiner kleinen, ja, Tagebuch-Routine mittlerweile richtig mit dazu. Cute! Meine Palme und ich sind startklar fürs Bett. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich die wirklich schon seit Jahren mache. Also einfach so ein lockerer Zopf. In der Mitte von meinem Kopf sieht nicht nur extrem gut aus, sondern hat bei mir auch einfach den Effekt, dass wenn ich morgen dann den Zopf raus mache, meine Haare genauso aussehen wie heute Abend. Haben ja auch schon ganz viele von euch bestätigt, dass es bei euch auch klappt. Deswegen probiert es gerne aus, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So, mittlerweile haben wir 11.50 Uhr. Das heißt, ich werde ein bisschen später ins Bett kommen, als ich eigentlich wollte. Ich versuche immer so gegen 12 Uhr, aber es wird meistens halb eins, weil ich jetzt nämlich noch ein bisschen was lesen werde. Ich habe gerade das Buch hier angefangen. The American Roommate Experiment. Experiment? Hä, warum kann ich es wirklich nicht aussprechen? Das hier ist quasi der zweite Teil von The Spanish Love Deception und ich habe das Buch geliebt. Ich finde es richtig gut. Ich habe es auf Englisch gelesen und als ich den Titel hier gesehen habe, dachte ich, okay, das ist auch auf Englisch. Ich habe leider nicht den darunter gelesen, weil hier würde ich sehen, das ist auf Deutsch. Und ich muss sagen, ich finde es so schlecht zum Teil auf Deutsch übersetzt. Ich würde richtig enttäuschen und ärgere mich, dass ich es nicht auf Englisch habe. Und auch so bisher, so weit wie ich gekommen bin, ist die Story, keine Ahnung, ich würde es jetzt auch nicht roasten, aber es ist nicht mein Lieblingsbuch, das kann ich jetzt schon sagen. Und das erste fand ich so gut. Ach Mann. Aber naja, ich würde es trotzdem fertig lesen. Vielleicht wird es hier noch. Total geil. Mein anderes Buch, was ich aber gerade fast fertig habe und übertrieben toll finde, ist das hier, besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Da sind verschiedenste Kapitel drin, über unterschiedliche Emotionen, wie Wut, Angst, Liebe. Emotionen, die wir alle gut kennen und dadurch halt noch besser verstehen können und deswegen dann auch besser reagieren können in manchen Situationen. Oder man sich halt so ein bisschen selbst reflektiert. Finde ich übertrieben spannend. Ist super einfach geschrieben. Also man kommt da voll schnell rein. Vorher aber noch die Videofrage, die heute von Sophie, Sophie kommt. Sie wollte mit dem Hashtag AskKallyCassie und in meinem Muttertagsvideo wissen, ist Myla eher so ein Hund, der, wenn es an der Tür klingelt, hinrennt oder einfach liegen bleibt? Myla ist der faulste Hund ever. Die würde nicht mehr aufstehen, wenn hier ein Einbrecher reinkommt. Also die bleibt immer liegen. Habt ihr Haustiere? Schreibt es super gerne in die Kommentare. Ich bin sehr neugierig. Und wenn ja, wie ist euer Hund so drauf? Schreibt es mir gerne und auch neue Fragen mit dem Hashtag, damit deine vielleicht im nächsten Video beantwortet wird. Und genau, ich werde es hier noch lesen, bis Raffi kommt. Der macht es jetzt gleich auch noch fertig. Der zockt gerade noch. Das ist seine Abendroutine. Und dann gehen wir schlafen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann kommentiert unbedingt mal diesen Emoji. Das würde mich mega freuen, weil ich dann weiß, ihr wart bis zum Ende dran und das supportet mich halt einfach krass, wenn ihr viele Kommentare schreibt. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben für das Video da, wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir. Ich liebe es, Routinen zu drehen und zu schauen. Deswegen freue ich mich auch auf euer Feedback. Ansonsten könnt ihr jetzt super gerne hier drauf klicken. Da kommt ihr zum Muttertagsvideo. Denkt dran, der ist am 14. Mai, also schon bald. Da findet ihr ein paar coole Geschenkideen oder hier drauf. Da kommt ihr zu einem weiteren Routinevideo von mir. Abonnieren nicht vergessen, damit wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Und gute Nacht.